Mehr als 10 Millionen Exemplare des Originals Swivel Sweeper wurden verkauft und nun wurde das Beste noch besser. Der neue G2 wurde entwickelt und konstruiert, um noch besser zu reinigen. Und er bringt einige großartige Besonderheiten mit sich. Der erstaunliche neue berührungslose Schmutzbehälter führt tatsächlich zu einem handfreien Reinigen. Sie können ihn nun entleeren und berühren dabei niemals den Schmutz. Ja richtig, einmal drücken und der Behälter ist leer. Dann setzen Sie ihn ab und sind wieder startklar. Ebenso werden Sie das neue rückenschonende Ellbogengelenk kennenlernen, das Ihnen erlaubt unter Möbel zu reinigen, ohne sich zu bücken. Was niedrige Möbel betrifft, kommen andere Kehrer plötzlich nicht weiter. Nicht aber der G2. Ein Klick und er kommt in Bereiche, die andere Kehrer nicht erreichen. Ohne Bücken. Die neuen verbesserten Supergleitrollen geben dem Reinigen einen ganz neuen Stellenwert. Sie gleiten ohne jede Mühe auf jeder Oberfläche, ohne irgendwelche Einstellungen verändern zu müssen. Anders als Staubsauger und andere Kehrer, die sich nur vor und zurück bewegen, gleiten die Supergleitrollen in jede Richtung und nehmen auch dort Schmutz auf, wo andere Kehrer es nicht können. Wenn Sie den 360 Grad drehbaren Kopf und die Vierfachbürstentechnologie dazunehmen, dann ist der neue G2 das Beste, was es gibt. Und wenn es an der Zeit ist, ihn zu verstauen, dann klappt man die magnetische Aufbewahrungshalterung um, so dass er dann weniger Platz einnimmt als ein Besen. Hängen Sie ihn einfach so auf, dass er Ihnen nicht im Weg ist. Bewahren Sie ihn in einem Schrank oder in jedem anderen kleinen Raum auf. Und mit der neuen rutschfesten Gummispitze können Sie ihn anlehnen und er bleibt stehen. Andere Besenstiele fallen zu Boden und hinterlassen Krattspuren. Aber der neue G2 ist einfach das Beste, was es gibt. Über all diese großartigen Besonderheiten hinaus erinnern Sie sich, dass der G2 einfach zu benutzen ist. Und mit knapp einem Kilo ist er der leichteste kabellose Kehrer, den es gibt. Er nimmt vorwärts, rückwärts und seitwärts Schmutz auf und dreht und schwenkt mit seiner patentierten Vierfachbürstentechnologie in jede Richtung. Die G2-Bürsten drehen sich mit einer Geschwindigkeit von 4000 Umdrehungen pro Minute und erzeugen eine so starke Saugleistung, dass er sowohl größere Teile als auch feinste Staub- und Schmutzpartikel aufnimmt. Er reinigt sogar Fugen. Die Eckbürsten des G2 bewältigen Schmutz entlang der Fußbodenleiste und Ecken, sodass nichts übrig bleibt. Und mit seinem abnehmbaren, aufladbaren Akku haben Sie 45 Minuten durchgehende Reinigungskraft und Sie müssen sich niemals um Kabel kümmern. Nüsse und Schrauben würden einen normalen Staubsauger kaputt machen, aber der G2 nimmt auf, was Ihr Staubsauger nicht kann. Zerbrochenes Glas, Nägel, sogar feuchtes Gemüse, jeglichen Schmutz, überall ist der neue G2 Ihr unerlässlicher Kehrer mit seinen großartigen neuen Besonderheiten. Der berührungslose Schmutzbehälter bedeutet, dass Sie niemals den Schmutz berühren. Das rückenschonende Ellbogengelenk lässt Sie zu den Stellen gelangen, wo andere ohne Bücken nicht hinkommen. Die Supergleitrollen sorgen für müheloses Reinigen, die magnetische Aufbewahrungshalterung und die rutschfeste Gummispitze. Das alles ist der brandneue G2 und hier können Sie Ihren eigenen beziehen. Das alles ist die Kabel kümmern. Das alles ist der Kabel kümmern. Vielen Dank.